hallo meine boke freunde und bookenden willkommen zu einer neuen folge von fleißen gegen zombies heute sind wir wieder in der zweiten ebene oder wie auch immer ich das nennen soll ich würde sagen wir machen das so rum oder nee wait was können wir wegnehmen ich würde sagen wir im leben einfach komplett weggemacht so hat dann welches aber sortiert haben so und so dem du willst mich auch mal zeigen er lässt nämlich das ist nämlich gut für den also immer wieder was sparen was ziemlich wichtig so aber warum war ich immer da jetzt war doch viel logischer wie ich ihn dahin mache und warum klicke ich immer raus es wird niemals vorgegeben wo ich nicht rauskriege glaube ich oder so machen wir den da mal hin total unsymmetisch aber egal mach einfach irgendwo passt schon da kommt er ein kleiner zombie der wird gleich von mir hier richtig besiegt du mit deinen brains keine brains von mir nicht heute und nicht nur irgendwann niemals oder stört oder stört da kommt noch einer ich habe nicht genug kommen jetzt jetzt okay wollen irgendwas sagen oder weil ich habe kraft die in folge der welt nach der letzten aufgenommen also dieses hier direkt nach der letzten auf deshalb ich weiß nicht kommt mir so blöd komisch vor aber egal soll er noch eigentlich nicht kommen der football typi noch nicht okay die habe ich schon mal fertig die nuss die kann ich mal dahin setzen denke hier müssen money farmen mann immer sterben hör auf zu essen meine und hier weil ich dann einfach die eis typen dahin setzen denke ich und hier lasse ich die einfach so ja jetzt kommt hier natürlich keiner war ja klar nein weil ich weil ich weil ich würde frisst ok gut 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 aber das klug das war dumm oder 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 obwohl er noch ein arm und er ist auch tot und ein von hypnopilz 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 jetzt das frisst du dir nämlich und dann gab es andere zombies an jetzt zurückkommen aber leider keine kommen es ist dumm gelaufen aber der ist richtig stark weil der ganz 24 7 auch wenn er keine rüstung an hat hast du genau hier sein futbol outfit an hat der rennt trotzdem 24 7 und das ist einfach so okay also dann machen wir doch noch mal einen ganz gut so nicht so lange so können wir mal die wieder rein tun hier in der reihe denke ich ja das geld wichtig weil ich weiß nicht genau wie viel man bekommt ich habe mittlerweile 1000 mädig gerade das ist haben wir die spiel aber auch wirklich viel gegeben also das letzte letzte folge ok vielleicht mit denen weiter hinten gehen sollen das war vielleicht dumm von mir aber ist ja jetzt auch egal soll es ist die letzte welle hypnopilz bereits weiß ich brauche da brauche ich noch schon okay wir müssen zuerst ja oh nein es gibt auf meiner leite könnt alle leute machen da war mein zogen und da war es auch schon wieder wie gesagt keine chance gegen mich soll ich mache jetzt hier noch mal eine damit noch ein bisschen geld bekomme ich besuche ich bin so geld zu stich alter so ok 1030 und wir kommen eine sniper kommt das war nicht oder war es nicht einfach noch zwei angsthasenpilz distanz schütze also sniper der sich versteckt werden sich feinde nähern genau der die sollte man ganz hinten platzieren weil sonst wenn die leute zu wenn ich so nahe kommen dann versteckt er sich wieder und dann ist er nutzlos ja ok kein sprenger ok nehmen wir mal jede alle nuss und das war's und wohl dann kann ich die ganz hinten dann dann kommt die dann nehme ich die dann der dann der kann ich ja ganz vorne ja passt doch machen wir das das ist das 17 oder 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 das ist nicht ja es ist level oh habe ich viele grabscheine hier ist gerade und er ist voll billig aber ich werde hier noch nicht platzieren erst wenn ich hier erstmal die reihe erst mal wenn ich da die reihe fertig habe welche mich hier die hinsetzen die das bleibt dann so das bleibt dann alles so wie es hier ist und da wird sich da nichts dran rütteln lol da komm gib her ja er hat schon hunger ich brauche hier sonnenergie ich werde noch nicht platzieren denke ich oder weiß ich wie stark hier sind ich möchte erst mal die reihe fertig bekommen ich mache hier mal einen hin ich habe eh das 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 sonnenenergie mani null von null das hat jeder denke ich hoffentlich nicht dass man null auf sonnenenergie nicht leisten kann das wäre ja noch was oh nein okay ich habe auch das spielgeräusche angehalten sorry alles gut alles gut alles gut okay alles gut die will aber auch nicht aufgeben oder geht doch stirbt alle untereinander soll jetzt hätte ich dir mal hin ja weiß gleich wie stark der ist aber schwach wird auf jeden fall nicht sein hat er ist genauso stark wie der oder nicht kann er gar nicht sein dann muss er stärker sein aber wenn er jetzt zu nahe kommt dann dann verkriecht er sich hatte angst da kann nach scherzer das wird dann aber eine walnuss sind kann wir jemanden und manni bekommen dafür ja so klappt nach vorne welchen solchen tun denke ich mir meine kommentare schreiben was ihr so denkt wäre die beste taktik falls ich vielleicht irgendwas falsch machen ok und so snipe sind gleich alle voll fertig angst da ist ein sniper alter will ich so einen typen wieder haben mir so eine energie da mache ich einen hin weil er gerade für die kämpfer äh sommer ist kämpfer genau sommer ist kämpfer smash bross kämpfer fennbar der zombie als fast die zombies besser äh smash bross karakter nehme ich immer als mein main hier war sport verseite ich brauche ich hier wirklich viel energie ja sonnenenergie ich kann den wieder leisten oh der nasch war wieder doch auf zu naschen man das nervt mich voll so jetzt komme ich hier wieder so geht her dann war ich dann noch mal hin zack 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 oh manni yeah hypnopilz können wir uns auch leisten das ist gut können wir uns den leisten können wir uns den auch leisten dennoch muss noch kommen wachse mein kleiner wachse jes gewachsen zack ok wir sind fertig nee da unten kommt noch in der nacht mach doch noch schnell einen hin bevor du welche spawnen schnell frisch schnell auf bevor du welche spawnen ok gut 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 ach so in der ersten werde kommen hier keine nur in der zweiten ok 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 ja die haben keine chance können gar nicht aber ich habe das gefühl dass die runden viel zu schnell verweist manche runden gehen viel zu schnell und manche die dauern viel zu lange irgendwie habe ich das für eine folge zumindest oh geil goldmünze oh mein gott ich glaube irgendwie goldmünzes random generiert man ich wollte auch nur hier hinklicken man hier was ist das tut mir leid so machen wir den noch weg beidung 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 der wir schnarchen gleich haben wir wahrscheinlich noch gar keine gräber mehr dann können wir ja überall hiptopilzer vorne dran setzen das wäre ja nice vielleicht sogar echt das wäre ja lustig überall so hiptopilze easy alter ich sag's euch easy machen wir dahin hin weil der gerade vorne kommt yay was will der denn geht der einfach ok dann haben wir jetzt keine gräber mehr und money bekommen dann können wir jetzt über hinten eine pizza aufstellen na gut das lädt jetzt auf oh jetzt ja ok aber trotzdem setzen wir da mal hin warum nicht was mach ich hier ich wieso nicht wie soll wie machen wir das nein ihn aufzufressen man was wird hier denn los tötet ihn ok er ist zumindest noch gestorben nein da war ich ja schon das ist so traurig man ich könnte es wagen ihn so traurig zu machen ey was wird euch denn falsch geht da gar nicht ey das geht gar nicht ich könnte hier vielleicht eine Nuss rein tun oder ja warum nicht machen wir das und da sollte er jetzt sterben da sollte er jetzt sterben dachte ich ja das war wirklich mein fuß ich brauche zu sehen das holz so ah nein auch nicht so einer hier so jetzt geht's stress mein freund du frisst das und dann gehst du weg haust ab durch seinen freunden sagt denen das meint mir so sein cool ist und das ihr ihn holen lassen soll genau so machen das super bester freund doch dann machen wir ja hier nochmal so einen hin und da nochmal hin und da nochmal hin und da nochmal hin und hier nochmal hin und da nochmal hin ja ich spiele das momentan auf origin nicht momentan sondern die ganze zeit ist das wie lange und so ja egal das reicht mir das reicht jetzt doch was haben wir denn hier er sieht aus wie eine eispitze das hat ja ein gesicht grimmige gesicht ne eispilz vorübergehend alle zombies auf den bildschirmer starren ja aber bei dem gesicht wäre ich auch erstarrt und da oh lol disco zombie ein tanzzombie alter noch nicht entdeckt ok nein stopp nein ja komm ich zeig dir allen anzeigen ok ne äh hui nehmen wir mal alle hier zack 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 oder passt das äh ich weiß das ist gerade nicht soll ich es probieren YOLO Mama YOLO wer sagt das eigentlich noch niemand oder nur ich super ich habe noch genug Zeit für die Welle ich glaube für die nächste Arsch haben wir jetzt aber nicht mehr leider mm hm 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 so nee kommt eben nicht wir werden jetzt sterben okay wie mache ich das hier setzt die denn hin welcher wahrscheinlich oder soll ich die ersetzen ich weiß es lieber nicht oder wohl die sniper hin finde ich die doch eigentlich auch hier hinsetzen oder nicht okay dann platte ich dich schon mal hin denke ich ja machen wir das und ganz selber überlegen wo ich hinsetze was das noch nicht gemerkt hat und dann machen wir dahin ja so kommt er so jetzt habe ich den und dann habe ich hier wieder alles voll und dann kann ich mir wiederholen und dann verschickt er sich glaube ich sondern würde ich jetzt habe ja natürlich keine weise zum schützen mache ich das netz das ist einfach mehrere von den hin oder zwei rein oder nicht hier fressen hallo noch gut oh nein oh nein oh nein was haben die denn da für schuhe also das wieso mein kopf block alter der ist die michael jackson oder was hier ja kopf los kannst du nicht mit tanzen was hat keine chance gegen mich okay haben wir das auch hinter uns machen wir die noch da kalt also dass man das ein grafen ruhe das ist mein grab ja da liege ich nämlich liegen alle meine hoffnungen und träume noch so und dann passt ja kommen wir hier noch mal so hinsetzen da können wir die immer mal ersetzen zu solchen haben wir zwei von denen weiß ich was bringt aber ich mache noch einmal und die letzte welle und ich oh nein oh nein frostpilz alle eingefroren hier noch ein hypnopilz ich muss schön symmetrisch das muss alles schön aussehen und wir kriegen einen einen schattenpilz was das ist keine ahnung unheilspilz was das in einer zerstört einen großen bereich unter lässt einen krater wait ist das nicht so wie die kirche ich weiß es gar nicht ich schätze nicht ja damit war es aber wieder mit dieser folge ich hoffe euch hat die folge gefallen in der nächsten folge wenn wir wahrscheinlich oder hoffentlich endlich in die dritte ebene welt was auch immer wie ich es nennen wollte kommen wir haben jetzt schon zwei von fünf reine 1 2 3 noch 25 freien vollständig das ist doch schön 1 2 3 4 5 6 7 8 ok dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge der pflanzigen zombies wieder vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns das nächste mal wieder haut rein und ciao leute